Als ich vor zwei Jahren hier angefangen habe, habe ich ein sehr nettes Kollegium und tolle Arbeitsbedingungen hier vorgefunden. Ich komme jeden Tag sehr gerne hier hin, weil wir eine große Freiheit in dem haben, was wir mit den Menschen hier machen und weil wir uns wirklich Zeit für die Leute hier nehmen können. Ich fühle mich sehr wohl hier. Neben des guten Teams gibt es außerdem, finde ich richtig super, gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Dadurch haben wir eine große Weiterentwicklungsmöglichkeit und wir können interne und externe Fortbildungen besuchen. Das finde ich sehr cool. Die Arbeit als Ausbilder für Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen macht mir total viel Spaß. Gerade Menschen mit Behinderungen eine Perspektive für den ersten Arbeitsmarkt zu besorgen. Und das ist kein Beruf, sondern das ist meine Berufung. Ich arbeite seit zwölf Jahren im Seniorenheinrich aus Engers. Damals haben meine Kollegen, Bewohner und die Leitung an mich geglaubt, motiviert die Ausbildung zu machen. Deswegen bin ich Altenpflegerin geworden. Ich komme gerne hier zu arbeiten, weil ich mit Bewohnern zusammen weine, zusammen lache. Für mich ist das Heinrich-Haus ein sehr guter und zuverlässiger Arbeitsgeber. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Heinrich-Haus in der ambulanten Pflege. Und die Arbeit macht mir immer noch Spaß. Besonders froh bin ich über die Sicherheiten, die ich hier im Heinrich-Haus habe. Bei meiner Arbeit in der Logopädie im Heinrich-Haus mag ich besonders gerne mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Und besonders gut ist es, dass wir hier auch so gut im interdisziplinären Team zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen, um das Beste für den Patienten zu erreichen. Ich bin seit 20 Jahren im Heinrich-Haus. Ich war als Krankenschwester tätig, als Pflegeverantwortliche und auch als Gruppenleitung. Jetzt habe ich die Stelle als Wohnbereichsleitung für mich entdeckt. Das zeigt, dass für jeden hier eine passende Stelle dabei ist. Die Arbeit im Heinrich-Haus ist vielseitig und abwechslungsreich. Durch die Menschen ist kein Tag wie jeder andere. Man kann verschiedene Hobbys, Fähigkeiten und Interessen einbringen, sodass jeder hier im Team seinen Platz findet. Also bewirb dich jetzt und werde ein Teil von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.